Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal im Cockpit Fengler KG. Ich melde mich hier heute mal aus meinem Studio und möchte einen Wunsch erfüllen, der in meinem Kanal hier auf YouTube mehrfach geäußert worden ist, nämlich wie funktioniert eigentlich eine Flugplanung. Wie hängt das ganze Kartenwerk zusammen? Wir reden von Arrival-Routes, wir reden von Departure-Routes, von Low-End-Route, High-End-Route, Approach-Charts, Taxi-Charts und so weiter. Das möchte ich heute mal an einem exemplarischen Flug von Hamburg, Helmut Schmidt, nach Frankfurt Rhein-Main mit Ihnen demonstrieren und mit Ihnen besprechen und dazu ein paar Erläuterungen abgeben, dass Sie verstehen, wie dieses System zusammenhängt. Letztlich funktioniert unser ganzes Werk der Luftorganisation über Luftstraßen und sogenannte definierte Lufträume oder eher umgekehrt definierte Lufträume und darin untergebrachte Luftstraßen. Das hat sich im Laufe der Zeit erheblich verändert. Früher war das sehr einfach strukturiert. Da gab es eine ganz berühmte Luftstraße M-9 oder eine Green 5. Das hing immer ein bisschen davon ab, ob die von Nord nach Süd oder von Ost nach West verlief. Da konnte man anhand der Nummern zuordnen und der Farben zuordnen, was das für eine Verbindung ist. Da im Laufe der Zeit die Navigation flexibler geworden ist durch die Flächennavigation, Stichwort GPS-Drehkatznavigation, wo heute jedes Flugzeug eigentlich mit Flächennavigation ausgerüstet ist, sprich, Sie sind nicht mehr an Bodenfunkfeuer gekoppelt, wie UKW-Drehfunkfeuer, also VOA oder NDB, also den Radiokompass, sondern Sie können einen frei definierten Punkt in der Landschaft nehmen, der durch Länge und Breite definiert wird, den Sie dann in Ihrem System hinterlegen können und auf einer Karte im Flugzeug darstellen lassen. Das kennen Sie aus meinen Videos. Das ist dann dieses berühmte ND, Navigational Display. In den moderneren Displays der Business-Luftfahrt wird das heute schon mit sehr realistischen Karten unterlegt und mit bildrealistischem Material angereichert. Das ist in der Verkehrsluftfahrt noch nicht ganz so weit, weil man hier auf Nummer sicher geht und es auch eigentlich nicht erforderlich ist im reinen Instrumentenflugbetrieb. Sie fliegen ja immer mit einer großen Hindernisfreiheit, das heißt, Sie haben nicht das Problem, dass Sie jetzt gucken müssen, wo Sie sind am Boden, wobei das auch kommen wird. Wir haben also die reinen Strecken dargestellt, dann bei uns im Airbus 320 zum Beispiel. Und diese Strecken sind eben anhand von Luftstraßen organisiert. Und wie muss man sich das Ganze jetzt so ein bisschen vorstellen? Sie kennen eine Autobahn. Bevor ich gleich mal in so eine Kartennavigation einsteige, hier auf meinem Navi-Chart, da habe ich das mal vorbereitet, Sie kennen also eine Autobahn. Und eine Autobahn braucht ja bekanntlich einen Autobahnzubringer und eine Autobahnabfahrt. So, und so müssen Sie sich das Ganze vorstellen. Die Autobahn selber ist, wenn es eine regionale Autobahn ist, also eine Autobahn, die zum Beispiel im Ruhrgebiet läuft, wie die A44, A43, also eine zwei- oder dreistellige Autobahn, die ist dann eher regional, das ist der untere Luftraum, also die unteren Luftstraßen. Die gehen bis zu einer Flughöhe, Flugfläche 240. Was ist eine Flugfläche? Eine Flugfläche wird immer auf dem Standarddruck 1013,2 Hektopascal gemessen. Und eine Flughöhe in Fuß ist dann nach dem regional eingestellten Luftdruck zu fliegen, dem sogenannten QNH. Also das ist der Luftdruck, reduziert auf Meereshöhe bei 15 Grad. Den holt man sich über die entsprechenden Flugwetterinformationen, also regional an den Airports, an den Großen, über die gesamte Artis, oder Sie bekommen es vom Controller mitgeteilt, dass der gesamte QNH-Wert in Hektopascal gemessen, der hängt eben vom Wetter ab. Das ist so. Und danach werden dann die Flughöhen geflogen, das ist im Bereich zwischen Boden und der sogenannten Transition Altitude der Fall. Sichergestellt sein muss ja, dass wenn man auf den sogenannten Flight Level geht, also diese Umstellung vornimmt von tatsächlichem Luftdruck auf diesen standardisierten Luftdruck, dass man genug Hindernisfreiheit hat, weil der Höhenmesser in dem Moment ja verstellt wird. Der zeigt ja nicht mehr die tatsächliche Höhe an. Warum macht man das so? Man geht davon aus, dass man dann also mindestens eine Hindernisfreiheit hat von über 2.000 Fuß, im Alpenraum sogar 5.000 Fuß, um dann nicht in die Gefahr zu beraten, irgendwo gegenzufliegen. Und deswegen ist in Deutschland zum Beispiel in vielen Regionen, so im norddeutschen Bereich, also außerhalb ganz hoher Gebirge, ist so diese Mindestflughöhe definiert, also wo man umstellt, ist standardisiert eigentlich auf 5.000 Fuß. Da stellt man nach 5.000 Fuß über QNH-Höhe, stellt man dann um auf den sogenannten Flugfläche, das ist die sogenannte Transition Altitude, und fliegt dann in diesen definierten Flugflächen. Die definierten Flugflächen sind für die Controller deshalb so wichtig, also für die Flugsicherung, damit die auch sicher wissen, dass die Flugzeuge den gleichen Abstand von einem haben. Also der eine würde sonst ja mit einer Höhenmessereinstellung, sage ich mal, von 1.010, andere 1.030 fliegen, beide zeigen dann unterschiedlich an, was 5.000 Fuß sind, je nachdem aus welcher Region sie gerade kommen, und dann ist die Staffelung nicht gewährleistet, die vertikale. Also hat man sich dann geeinigt, man standardisiert das, weil es eigentlich egal ist, ab einer gewissen Höhe, ob das jetzt so genau druckhöhenmäßig der Tatsache entspricht oder nicht. Wenn Sie im Sinkflug sich befinden, ist das genau umgekehrt. Also da beginnt die Transition Level, und der ist hier bei uns in Deutschland, Mitteleuropa in der Regel bei Flugfläche 70, und da beginnen Sie dann, oder stellen Sie um, und fliegen wieder nach QNH im Sinkflug, also Richtung Boden. Und diese Differenz dazwischen, also zwischen den 5.000 Fuß Druck und den Flight Level 70 Level, nennt man diese Differenz dazwischen Transition Layer. Also dazwischen findet diese Umstellung statt, und dort findet der Steig- und Sinkflugverkehr statt, und dort sind entsprechende Staffelungsanforderungen auch erforderlich, dass die Flugzeuge nicht zu nahe aneinander kommen, weder vertikal noch horizontal. Das ist insofern wichtig, dass in der Regel auf den Luftstraßen, die also im unteren Luftraum, und der geht bis Flugfläche 240, also rund 8.300 Meter, und dem oberen Luftraum, der geht dann ab Flugfläche 240 bis ganz nach oben, bis in die unkondolierte Atmosphäre hinein, dass dort immer nach diesem Flight Level geflogen wird. Und man muss sich das so vorstellen, also ich habe das vorhin schon gewähnt, die Low End Roots, also die unteren Luftstraßen, sind sozusagen die Regionalautobahnen, die oberen Luftstraßen die Fernautobahnen. Also wenn Sie die A7 von Flensburg nach Kempen fahren, dann würde das einer oberen Luftstraße entsprechen, die da meist mit einem U vorangestellt sind, UA irgendwas, ja. Und die niederen Luftstraßen, die sind dann gekennzeichnet durch ein N, durch ein M heutzutage, und führen dann entsprechend auf kürzeren, werden meist kürzer oder definieren kürzere Routen. So, und jetzt müssen Sie ja irgendwo zu dieser Autobahn kommen. Und wir machen das Ganze mal exemplarisch jetzt an einem sogenannten Flug, oder an einem vorgestellten Flug von Hamburg nach Frankfurt, der ist kurz. Es geht uns ja nicht darum, jetzt eine große Strecke zu beschreiben, sondern das System einmal darzustellen. So, dann muss ich mal einen Schluck trinken zwischendurch, wenn ich so viel rede. Aber der habe ich mir heute auch hingestellt, muss ich mal ein bisschen gemütlich machen. So, und das habe ich jetzt mal vorbereitet. Wir wollen also von Hamburg fliegen im unteren Luftraum nach Frankfurt, also maximal Flugfläche 240. Welche Flugfläche ich jetzt genau maximal nehmen kann, hängt von meinem Kurs ab. So, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kurs im östlichen Quadranten fliege, oder im östlichen Halbkreis fliege, deswegen nennt sich das Halbkreis-Flugregel, dann fliege ich eine gerade Flugfläche, und wenn ich im westlichen Quadraten fliege, fliege ich eine gerade, im östlichen eine ungerade. Also wenn ich jetzt einen Kurs von über 180 oder 181 Grad plus fliege, dann fliege ich 200, 220, 240, 180 etc. Und wenn ich das Ganze Richtung im östlichen Halbkreis fliege, fliege ich eine ungerade Flugfläche, also 230, 210 etc. pp. So ist sichergestellt, dass man, wenn man jetzt Ost-West-Verkehr hat, der, sage ich mal, immer mit einer Höhenstapflung von 1000 Fuß schon plant. Soll aber hier eine Nebensache sein. So, wir müssen also irgendwie ja von diesem Hamburg Airport nun weg. Wir haben uns also anhand einer Taxi-Karte, und jetzt blende ich Ihnen mal eine andere Karte ein. So, das mache ich jetzt mal. Ich suche mir erstmal Hamburg natürlich aus, gucke mir an, wo meine sogenannte Airport-Chart ist. So, jetzt drücke ich das mal rein. So, jetzt sehen Sie mich hier nur noch klein, ja, und zwar unten rechts. So, und da haben wir jetzt unsere Rollkarten. Die kann man auch noch, sage ich mal, etwas spezifizieren. Da haben Sie auch noch für die genauen Parking-Stands entsprechende Karten hier. Das haben wir auch noch. Und da gibt es auch eine ganze Menge Briefings zu und so weiter und so fort. Sie sehen das hier, da gibt es noch viele Details. Je größer der Airport ist, desto mehr von diesen Karten gibt es. Also mit genauen Rollinformationen, welche Stands, welche Flächen, welche genauen Taxi-Wege beschrieben werden. Wir nehmen mal die Generalkarte und sagen, wir rollen jetzt hier von der Terminalanlage Richtung Startbahn 23. Ja, dann stehen wir hier an einem der beiden Starträume und da wollen wir also Richtung Südwesten raus starten. So, wenn wir das wissen, und das hängt ja vom Wind ab, ja, wir müssen ja immer wissen, wie ist der Wind, dann würde ich meinen Flugplan dementsprechend auch nach einer solchen Abflugroute bestimmen. Es ist ja auch ein Unterschied zum Beispiel, ob ich jetzt, wenn ich jetzt von Hamburg nach Lüneburg fahre, fahre ich ja anders von der Autobahn, als wenn ich von, sag ich mal, Hannover nach Lüneburg fahre, fahre ich an einer anderen Stelle von der Autobahn. So, und das genauso muss man hier sich auch so vorstellen. Ich habe also hier die gesamte SID, die ich dann raussuchen muss, die Standard Instrument Departure Road. Ja, die suche ich mir raus, die wird jetzt hier angezeigt, so, und die blende ich jetzt ein. Und die sogenannte SID, und ich weise das aus, wenn ich nach Frankfurt, da muss ich ungefähr wissen, was ich, das kann ich mir natürlich auch als Overlay einblenden hier, so, ja, kann ich auch machen in der Modernen. Früher musste ich mir das alles aus Papierkarten raussuchen, das muss ich heute zum Glück nicht mehr tun. So, und dann sehe ich, aha, wenn ich so nach Südwesten Richtung Frankfurt will, dann ist irgendwo hier so, spielt die Musik. Macht ja keinen Sinn hier rum hinzufliehen, wenn ich nach Süden will. Also, nehme ich hier, sag ich mal, entscheide ich mich für die IDECO 6 Charlie. Das ist auch die entsprechende, und die suche ich mir dann hier raus, die IDECO 6 Charlie, so, und dann gucke ich mal, ob das so passt, so. Und dann sehe ich, aha, super, da gibt es mehrere IDECO 6 Bravo, 6 Charlie, 7 Delta und so weiter. Das hängt eben davon ab, auf welcher Startbahn ich starte. Wenn ich also jetzt Richtung Nordwesten zum Beispiel starte, weil Nordwestwind ganz starker ist, und ich muss dann nach Frankfurt fliegen, muss ich ja hier einmal um die Ecke fliegen, früher über das Funkveuer Elbe, jetzt geht das hier über Elsop, ja, das steht ungefähr da, wo Elbe früher stand, Elbe stand hier, und dann geht das hier runter Richtung IDECO. Das sind alles sogenannte Waypoints, und wenn die so ein Sternchen haben, wie hier, ja, ich kann das mal versuchen, ein bisschen zu vergrößern, so. Ja, wenn die hier so ein schönes Sternchen haben, dann ist das sogenannte an Area Navpoint. Das heißt, ein virtueller Wegpunkt, der nicht durch ein Funkfeuer markiert wird, ja, so wie hier, na, hier haben wir das jetzt nicht drauf, aber ich werde Ihnen das nachher nochmal zeigen, beim Anflug auf Frankfurt, sondern durch eine Länge und Breite, und den suche ich mir dann entsprechend in meinem Navigationscomputer raus. Der Navigationscomputer sieht das heute ziemlich locker, je nachdem, was Sie eingeben, identifiziert der automatisch, ist es ein Waypoint oder nicht, wobei, wenn es ein 3-Letter-Code ist, wie oben, wie bei ALF zum Beispiel, ja, dann, oder beim VOA, Charlie nachher, Charlie Hotel Alpha, das sind dann immer drei Buchstaben, oder bei einem NDB sind es auch manchmal nur zwei, zwei, es gibt auch in den USA VOAs, die nur zwei haben, und ein Waypoint hat in der Regel fünf Buchstaben, ja, daran kann man sich das etwa merken. So, wenn ich hier über regionale Punkte spreche, die mit dem An- und Anflug direkt zu tun haben, dann haben die einen sogenannten Delta Hotel, das ist ja über ein Delta Alpha oder was auch immer dazu definiert, das werden wir nachher in Frankfurt auch noch sehen. Und wenn es Streckenpunkte sind, die eine Verbindung zu einer Luftstraße markieren in der Regel, dann haben die auch den entsprechenden Namen, den wir auch in der Luftstraße wiederfinden. Wobei wir diese Regionalpunkte hier, die finden wir in der Luftstraße nicht wieder. Also auf der Autobahn finde ich keine Beschilderung für die, wie die Abfahrt nachher genau im Detail läuft, aber ich muss natürlich die Autobahnausfahrt gekennzeichnet haben, und die muss ich von beiden Seiten gekennzeichnet haben. Die muss ich einmal natürlich von der Auffahrt selber, wenn ich jetzt drauffange, muss ich wissen, ich will zur Anschlussstelle, was weiß ich, Soltau oder so, oder Hamburg West, und hier muss ich also das genauso wissen, ich will zur Anschlussstelle IDECO, da will ich hin, so, da fliege ich jetzt hin. So, und an diese Luftstraßen sind also auch bestimmte Dinge gekoppelt. Also ich fliege jetzt ja hier 2,3 ab, machen wir ein bisschen größer, so, also muss ich mir die IDECO, äh, äh, Entschuldigung, hier ist die 2,3, das ist die 1,5, hier ist die 2,3, so, hier fliege ich ab, äh, 2,2,8 der Steuerkurs, und da muss ich die IDECO 6 Bravo raussuchen. So, also habe ich IDECO 6 Bravo schon mal für meinen Flugplan definiert, da kommen wir nachher nochmal zu, wenn ich das aufschreibe, und die fliege ich so. Und da steht also jetzt genau, was ich auf dieser IDECO 6 Bravo machen muss, ich muss also hier raus starten, fliege erstmal nur kursbezogen, Kurs 2,2,8 bis zum Punkt Delta Hotel 1,6, und dann nach links abbiegen, ja, äh, bis dahin auf vier, mindestens 4.000 Fuß gestiegen sein, das ist diese Hindernisfreiheitshöhe, also darunter darf ich nicht fliegen, und dann Richtung IDECO fliegen, auf einem Kurs von 1,8,4, das steht hier oben, so. Entscheidend dabei ist, so, ich trinke nochmal einen Schluck, viel geredet hier, so, und, ähm, diese ganze Beschreibung, wie ich das Ganze nun machen muss hier, ähm, das steht hier auch nochmal geschrieben, ja, ich drücke mal mein schönes, hübsches Bild weg hier, so, dann sehen Sie das besser, und jetzt blende ich das nochmal ein. So, jetzt haben wir also hier die IDECO 6 Bravo beschrieben, Runway to Tree, ne, da steht das auch nochmal, so, und hier steht dann also wirklich über Delta Hotel 1,6, habe ich eben geschrieben, 1,6,3 zu IDECO, die Nische Climb Currents ist in der Regel 5.000 Fuß, Hamburg vergibt manchmal auch nur 4.000, das ist die Mindesthöhe, wie Sie eben gesehen haben, aber maximal 5.000. Warum kann der Hamburg-Direktor oder die Hamburg-Gebietskontrolle nur 5.000 vergeben? Weil dann nachher die Flugfläche beginnt, und in der Regel erstmal diese Erstfreigabe in der Freigabe, die Ihnen meistens die Ground Control gibt, diese Freigabe erstmal bis 5.000 limitiert ist, und der Rest macht dann die Gebiets- oder die Flächenkontrollstelle. Also das ist in dem Falle für Hamburg zum Beispiel der Direktor, wenn Sie abfliegen, und dann Bremen Radar für den unteren Luftraum. Gut, hier steht auch genau, Climb Straight Ahead 2000, Directo Delta Hotel 1,6, und dann eben entsprechend zu dieser Höhe 5.000 oder 4.000, je nachdem, was freigegeben ist. So, und wenn alles genau so entspricht, wie Sie es im Flugplan stehen haben, also wenn das alles so ist, wie Sie im Flugplan das Ganze aufgegeben haben, dann bekommen Sie die Freigabe, Lufthansa 123 oder Delta India Hotel Papa Romeo, also alles, was im Instrumentenflugverkehr abläuft, läuft nach diesem System, ob ein einmotorisches Sportflugzeug oder ein Airbus 380, der spielt überhaupt keine Rolle. Dann sagt er, you're cleared to Frankfurt Main, ja, war ja IDECO 6 Bravo, Initial Climb is 4000, Q&H sagt er Ihnen meistens auch nochmal netterweise dazu, und dann, wenn alles so ist, wie Sie es da ausgefüllt haben im Flugplan, sagt er, a route is filed. Und dann gibt er Ihnen noch eine Anweisung, was Sie nach dem Start machen sollen, after take of contact Hamburg Delta 118, glaube 2 ist das. So, das kriegen Sie auch noch mit. So, und dann wissen Sie, aha, also ist klar, ich darf also bis 4000 Fuß steigen, ich fliege die IDECO 6 Bravo, ich rufe nach dem Abheben, sobald ich meine ersten Handgriffe da gemacht habe und Zeit habe, das kommt so auf ein paar Fuß nicht an, aber so schnell als geht halt, rufe ich dann, meistens ist das, wenn ich in der Sicherheitshöhe bin, so um die 1000 Fuß, rufe ich dann spätestens den Hamburg-Direktor und lasse mir die weiteren Freigaben erteilen. Ja, und der koordiniert das dann mit der Gebietskontrolle Bremen, der macht das dann in dem Fall. So, jetzt fliege ich also hier so lang, ich bin gestartet, alles ist hübsch, die Ground-Kontrolle, also die Ramp-Kontrolle, die mich vom Dock sozusagen weglässt, übergibt mich an die Bodenkontrolle, die für mich dann für den Rollverkehr zuständig ist, ich gehe da nochmal zurück, so hier, wenn mein Rollverkehr zuständig ist, dann rolle ich hier so fröhlich hin, nach genau meinen Anweisungen, die ich hier habe, ja, hier steht es auch nochmal im Detail beschrieben, an welche Dinger ich da, an welche Taxi-Ways ich kann, die haben alle irgendwelche Namen, Delta-7, Alpha, irgendwie was, Yankee-1, je nachdem, das ist von Airport zu Airport verschieden, so, und dann stehe ich da an meinem Rollhalteort, das sind diese berühmten zwei gelben dicken Striche, das ist der für ein Instrumentenfeld, Cut 2, oder ein ein dicker Strich für Sichtflugbedingungen, meist steht da auch noch so ein großes Schild, 2-3 oder Runway-2-3, so, und da weiß ich, aha, da ist es immer ein Stoppschild, ne, also bis hierhin darf ich rollen, und alles andere ist die Bodenkontrolle nicht mehr für zuständig, ne, so, und dann sagt der Contact, meist schon vorher, wenn er mich da sieht, ich rolle darauf zu, Contact Tower, 12685 ist das in Hamburg, es funktioniert im Instrumentenflugverkehr, alles in englischer Sprache, in Deutschland ist das auch Pflicht, ja, Sie dürfen nicht in Landessprache sprechen, in anderen Ländern ist das ein bisschen was anders, wenn Sie nach Frankreich dann fliegen oder nach Italien kommen oder nach Spanien, da ist das hier und da zugelassen, auch in der Landessprache zu sprechen, und das ist für uns internationale Flieger dann immer nicht so schön, ich kann mich immer noch gut an Situationen gerade in Frankreich, Spanien, Italien erinnern, wo die dann von der Alitalia oder Airfonds oder auch der Business-Luftverkehr, also alles, was Alfa unterwegs war, fröhlich auf Französisch, Italienisch oder Spanisch rumquatschte und wir nichts verstanden, wo die eigentlich sind, und das ist immer ganz schlecht für die Situationsübersicht, denn mich interessiert auch, wo die anderen sind, ja, falls da mal irgendwo ein Fasszusammenstoß droht. Ich habe das mal in London gehabt, beim Abflug von Luton, bin ich mit der, was war das damals, eine Citation raus, Richtung Southampton musste ich raus, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinwollte, ich glaube, irgendwo nach Frankreich, und ich hörte schon, dass eine DC-10, ja, der amerikanischen, ich glaube, die American war das, die aus den Staaten rüberkam, im Anflug war, und dass die unmittelbar in meiner Nähe war, das war noch vor TICAS, ja, bevor TICAS in solchen Flugzeugenpflicht war, und da merkte ich schon, mir droht jetzt Ungemach, und dann habe ich von mir aus den Controller in London angesprochen und habe gesagt, London, confirm position von American 5 to 7, oder was das war. Und dann merkte ich, wie der auf einmal einen Schreck kriegte, und dann sagte er zu mir, Delta India, Delta, weiß ich nicht mehr, was wir hatten, Romeo and Juliet, glaube ich, turn immediately left and expedite descent to, weiß ich nicht, was das war. So, das heißt, der hat jetzt gemerkt, oh, 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 er hat ein Nirmes, eine unzulässige Annäherung konstruiert, versehentlich, und hat mich dann schnell ausweichen lassen. Also deswegen ist das so wichtig, dass man das hinbekommt, oder in Spanien habe ich mich dann mal mit einer Lufthansa und einer Iberia abgesprochen, wie er nun wann in Valencia landen darf, weil der Tower zu mir gesagt hat, abends offensichtlich keine Lust mehr richtig gehabt hat, you're cleared any runway you prefer. So, und das war natürlich nicht so lustig, als ich im Funk hörte, da sind auch zwei andere Kollegen im Anflug. Das war dann nicht so lustig, dann haben wir uns abgesprochen und haben dann entsprechend auch eine Meldung geschrieben hinterher, weil das fanden wir nun nicht so lustig und nicht so gut. Waren Sichtflugbedingungen, war alles gut eigentlich, aber das sollte man so nicht tun. Also, in Deutschland passiert das nicht, oder in den USA passiert das nicht, da geht das alles äußerst korrekt zu. Aber heute passiert das, glaube ich, in diesen Ländern auch nicht mehr, wo die Lufträume so überfüllt sind, aber so kommt das dann. Also, das ist alles genau geregelt, wie was stattzufinden hat und eben auch in Deutschland Pflicht vorgeschrieben in englischer Sprache. So, jetzt haben wir einen kleinen Abschweif. Also, wir sind jetzt hier gestartet auf der Startbahn 2.3. Wir befinden uns jetzt hier auf unserer Standard-Arrival-Route. Was hatte ich gesagt, was haben wir genommen? Ideco, ne? Ideco, die suche ich mir dann nochmal raus hier irgendwo. Ideco, als finde ich die nicht wieder. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ne, ist ja Quatsch, ich muss ja auf die Departure-Route gehen. So, Ideco, so hier war ich, ne? So, und fliege jetzt hier völlig lang. So, ich habe mittlerweile meinen Bremen Area Control hier irgendwo gerufen. Ich wurde übergeben. Ich habe eine Steigflugfreigabe auf Flugfläche 240 bekommen. Das war das, was ich im Flugplan mir gewünscht habe. Das habe ich eingetragen. Die maximale Flughöhe für den unteren Luftraum wollte ich haben. Mehr lohnt sich für Frankfurt in der Regel nicht, selbst für den Airbus nicht. Also, auch mit dem Verkehrsflieger bin ich, wenn ich solche Routen geflogen bin, auch immer im unteren Luftraum an der Grenze rumgeflogen. Es lohnt sich einfach nicht so hoch zu steigen. Das ist sonst ein Parabelfluch, den Sie da machen und mit unheimlich administrativem Aufwand verbunden. Die werden x-mal die Frequenz wechseln. Da habe ich gesagt, das letzte Mal. In dem Business-Verkehr macht man sowieso nicht. Und bei den Regionalkommutern der Turbo-Props ATR Focke 50 hatte ich auch mal eine Zeit geflogen. Da auch nicht. Also, unterer Luftraum für so eine kurze Strecke, Regionalautobahn, also. Und irgendwann muss ich ja nun, hier bin ich ja bei IDECO. Und was passiert dann? So, jetzt bin ich da also raus. So, nun komme ich auf die Autobahn. Und jetzt sehen Sie, aha, hier ist also die Autobahn. Hamburg brauche ich nicht mehr. So, und jetzt mache ich das hier mal groß ein bisschen. Gucke, also wo bin ich denn nun fröhlich gestartet. So, und jetzt suche ich natürlich, wo bin ich denn überhaupt? Ah, hier ist IDECO. Hier sehen Sie das? Hier ist IDECO. So, und IDECO existiert also nicht mehr auf dieser Standard-Instrument-Departure-Route IDECO 6. Bravo in meinem Fall. Sondern es existiert, das ist ja ein sogenannter Übergabepunkt auch, auf der entsprechenden Luftschweiße November 850. Ja, da ist sie da eingezeichnet. So, und das heißt, meine erste Route, die ich fliege nach Frankfurt am Main, die ich definiere, ist die November 850. So, und da die keinen Pfeil hat, so wie hier, ja, in beide Seiten sozusagen, dass da so ein Quader ist, ja, hier ist auch so ein Pfeil, ist die keine Einbahnstraße. Ne, also das hier zum Beispiel ist eine Einbahnstraße, das ist auch eine, die darf nur nach Norden fliegen, aber diese Route darf ich in beide Richtungen fliegen. So, und an dieser Route steht dann auch mal auch dran, ja, hier Mindestflughöhe ist 4000 Fuß vorgeschrieben wegen Hindernisfreiheit, ja, also tiefer darf ich nach Instrumenten auf dieser Luftstraße nicht fliegen. Sonst erfasst mich das Radar nicht, ich bin nicht hindernisfrei, etc., pp., spielt bei mir jetzt keine Rolle, ich bin ja auf Flugfläche 240 unterwegs, so, schön fröhlich im Steigflug, ne, mit maximal möglicher Rate, schön ökonomisch das Ganze, ja, das spielt heute eine große Rolle hier und bin jetzt bei IDECO und fliege jetzt nach Süden. So, und Sie sehen, mein nächster Fix, der ist, hier steht die Entfernungsergabe zum nächsten Fix, ja, und es steht natürlich immer der Kurs noch dabei, das ist 184, ich fliege auch so eine gerade Flughöhe, 240, 22 Meilen und der nächste Fix ist Nienburg-Viewer. So, und hier sehen Sie, dieser Punkt ist schon wieder anders definiert, ja, also der hat eine Frequenz, nämlich ein klassisches UKW-Drehfunkfeuer. Und das unterscheidet jetzt mein Navigationscomputer insofern, dass ich hier auch in meiner Radnav-Seite dann die Frequenz nochmal gesondert wählen kann, in der Regel wird sie mir auch reingezogen und ich kann dann meine VOR und ADF-Schalter im Panel, das habe ich Ihnen schon mal gezeigt, die kann ich dann sozusagen einblenden und kann dann sogenannte Richtungsanzeiger mir einblenden lassen, so Magnetic Indicators nennt sich das, und die zeigen wir dann zum Funkfeuer und dann weiß ich, aha, diese Nadel zeige ich dann auch im Idealfall zu diesem Funkfeuer direkt nach vorne, wenn gar kein Wind wäre, würde das auch mit dem Kurs 184 übereinstimmen. Und ansonsten ist der Windwinkel da zu berücksichtigen, das heißt Vorhaltewinkel werden inzwischen zu oder abgezogen, je nachdem, woher der Wind kommt. So, nun fliege ich da fröhlich nach Nienburg auf der Frequenz 116,50, das ist so eine klassische UKW-Frequenz, die ganzen Funkfeuer so, und fliege da fröhlich runter. So, nun muss ich ja sehen, dass ich so, und der nächste Punkt ist Robeck, Robeck ist wieder ein virtueller Punkt, ja, jetzt schon auch immer gegeben, Robeck ist schon sehr alt, denn hat es schon 90er Jahren gegeben, ja, und der ist definiert, wenn ich jetzt nichts anderes habe als Funkfeuer-Navigation, dann ist der mit Abstand und Radial, also 168, 24 Meilen definiert, heute brauche ich mir den Stress nicht mehr machen, ich brauche mir also keine Querpeilung ziehen, weil Nienburg hat kein Entfernungsmesser dran, kein DMI, wie Leine, eine Leine hat so D noch dran, das weiß ich, das hat auch ein Entfernungsmesser, ein DMI, so, sondern ich habe das auf meinem Flächennavigationscomputer angezeigt, da kann ich nun Robeck habe. So, und dann fliege ich weiter nach Pirot, so, immer irgendwo, wo Luftstraßen kreuzen, in irgendeiner Form, habe ich irgendeinen Fix, ne, wo irgendwas verändert werden kann. So, und nun dieser Fix ist hier wieder Pirot, ist nach einer Flächennavigationspunkt, und nachträglich dann auch mal definiert, der nicht durch Peilung oder so etwas, Kreuzpeilung klar definiert werden kann. Hier sehen wir nämlich, Robeck kann durch Osnabrück VOA, das Terminal VOA ist das, ne, T, also einen Kurzreichweiten VOA, hat vorvor früher auch mal ein großes OSN, gibt es auch nicht mehr, so, und das große VOA alleine entsprechend gepeilt werden, also ich habe hier durch eine klare Kreuzpeilung eine Definition, das habe ich bei Pirot nicht mehr, Pirot steht irgendwo frei in der Landschaft, ne, deswegen hier wäre so ein komischer Stern dran, hier so, ne, genau, so ein Flächenpunkt, so, und dann fliege ich fröhn weiter. So, und jetzt muss ich mich aber irgendwann mal entscheiden und sagen, ja, ich muss jetzt mir schon mal, wie früher den Shell-Atlas, ne, früher habe ich mir den Shell-Atlas gekauft, oder den großen Falkplan für Deutschland, und habe gesagt, wo musst du eigentlich lang, wenn du nach München willst? Da habe ich mir gesagt, aha, fährst du also erstmal die A7 runter, bis hinter Kassel, dann das Kattenbacher Dreieck, und dann musst du die Fuldoor-Autobahn bis nach Würzburg fahren, und dann fährst du die 5, oder, ne, weiter die 7, und dann fährst du also fröhlich auf der A8, glaube ich ist das, oder 3, und dann 8 runter nach München. Und diese Übersicht muss ich hier auch haben. Das heißt, ich muss wissen, und heute macht das der Computer, heute gebe ich nur Startflughafen, Zielflughafen ein und sage, lieber Computer, Planungsprogramm, plan mir das, oder in der Verkehrsluftfahrt macht das sogar der Dispatcher für Sie. Der gibt Ihnen eigentlich die Streckenempfehlung vor. Da brauchen Sie nicht im Kopf haben, wo Sie langfliegen. Sie müssen sich das aber durchaus angucken. Es kann ja sein, dass durch irgendwelche Umstände Sie diese Route nicht fliegen können, nachher Wetter, technische Umstände etc., pp., dass Sie die Übersicht haben. So, und ich weiß also, wenn ich jetzt also auf der November 850 weiterfliege, komme ich nach Frankfurt. Weil, die hat keine Autobahnabfahrt nach Frankfurt-Rhein-Markt. Sondern ich muss eine sogenannte Terminalroute fliegen, die T152 hier. Die geht auch nur nach Süden, das sehen Sie, ja. Und das ist hier an diesem Punkt Pirot der Fall. Der Punkt Pirot, so, wir gucken mal hier nochmal, worüber wir herkommen. Wir kommen also, ja, auf der November 850 hier lang geflogen, ne, Nienburg, Pirot. Und Pirot biege ich ab Richtung hier alles. So, hier steht die Mindestflughöhe 5000. Warum ist die hier höher als im Norden? Klar, da sind ein paar Bergen wie ich, ne. Hier beginnen die Bittelgebirge und da wird diese Mindestflughöhe immer höher. Hier ist sogar 6 nachher. Ja, da kommen wir dann in das hessische Bergland rein, Rhön etc. So, und ich fliege also jetzt hier so auf Flugfläche. So, und jetzt muss ich meine Flugfläche mal ändern, streng genommen. So, denn ich fliege jetzt einen Steuerkurs von 1,75. Das heißt, ich muss runter auf 2,30. Ne, Halbkreisflug, Hegelöster, Quadranten, gehe ich auf 2,30. Muss ich aber so bald, weil ich ja nach Frankfurt irgendwann mal runter muss. Ich bin ja kein Hubschrauber, ja. Sondern ich muss ja meine Sinkflugplanung sehr sorgfältig machen. Das wird mir heute angezeigt mit diesem kleinen Pfeilchen da immer im Bildschirm. Das kann ich Ihnen auch nochmal zeigen in einem der anderen Videos. Oder Sie sehen das bei mir immer. Das heißt immer, das ist ja so ein Point of Descent. Ja, und dieser Point of Descent, den habe ich früher manuell ausgerechnet. Das mache ich heute immer noch, damit ich das nachrechne. So, und da gibt es Formeln für. Da kann ich also sagen, ich sinke pro 3 Meilen 1000 Fuß und dementsprechend nach meiner Grundgeschwindigkeit stelle ich meine Standard-Sinkflugrate ein. Und die ist Grundgeschwindigkeit mal 5. Also nehmen wir mal an, ich fliege 200 Knoten, nehmen wir mal was ganz Einfaches. Da muss ich mit 1000 Fuß pro Minute sinken. Dann komme ich genau mit dieser Standard-Rate hin. Und so kalkuliert auch die Flugsicherung. Diesen Point of Descent kann ich dann auch entsprechend ausrechnen. Wenn ich also weiß, ich bin also, ich sinke pro 3 Meilen 1000 Fuß mit dieser Rate, ja, dann weiß ich ja, dass ich mit 9 Meilen also dann 3000 Fuß unterwegs bin und so weiter und weiß dann, dass ich bei 3000, 30.000 Fuß also entsprechend früh anfangen muss zu sinken, wenn ich auf meiner Zielflughöhe ankomme. Und das ist nicht der Boden, sondern das ist die Höhe, in der ich meinen ALS-Anflug beginne. Die Sorgen muss ich mir aber meistens in der Praxis überhaupt nicht so präzise machen, weil die Flugverkehrskontrolle mich schon entsprechend plant. Also die sagen dann schon, die Cento und so weiter, die denken mit in der Regel. Jedenfalls in Deutschland und in den westlichen Ländern ist das so. Wenn Sie jetzt mal in irgendeinem Land fliegen, wo die nicht auf Zack sind, da muss man dann schon mal ein bisschen nachhaken. Früher war es in Italien auch so, das ist auch besser geworden. Wenn ich nach Mailand geflogen bin und war dann über den Punkt Kanne, das war so Lago Maggiore, immer noch in 30.000, Level 300, dann habe ich dann, wenn ich nach Linate wollte, langsam mal gebeten, dass ich vielleicht mal meinen Sinkflug beginne. Mit einer Turboprop ist das alles nicht so kritisch, aber mit einem Jet kann ich ja nicht unbegrenzt schnell sinken. So, ich werde einfach zu schnell. Das geht nicht. Ich habe keine Bremse, außer die Speedbrakes. Und die wirken dann auch nicht so heftig, dass ich das entsprechend also planen muss. So, also wenn ich weiß, ich muss jetzt, sage ich mal, bis Mailand roundabout 27.000 Fuß vernichten, dann weiß ich auch mal drei dann. 27.000, so rund 93.000, also ein paar 80 Meilen brauche ich dafür. Das geht nicht mal so zack, zack hier. So, und machen wir also hier weiter. Ich fliege also jetzt die Terminal, was hatte ich gesagt, 152 von Pirot hier runter. So, hier bin ich jetzt, ja, über den Punkt M-Bad. Ja, so, dazu, das ist wieder so eine Abzweigung oder eine Deviation. So, und fliege jetzt hier weiter runter. So, hier Aranin und dann biegt die ab, ja, diese Route, und geht dann Richtung Fulda-Funkfeuer. Da haben wir wieder FOL, das ist wieder ein DMI-Viewer, ja, wo ein DMI mit einer Rolle spielt. Ich schalte die mal in meinem Bild weg, dann haben wir die ganze Karte. So, und dann gehe ich hier auf den Punkt Kerax. So, warum das, da komme ich gleich zu. Weil Kerax ist jetzt so eine Art Autobahnabfahrt. Und Sie sehen auch, der liegt so im Nirwana, ne, da ändert eine ganze Menge und dann ist erstmal nichts mehr. So, warum? Weil ich ja schon unmittelbar in der Nähe von Frankfurt bin, ne. Also, Frankfurt ist nicht mehr weit weg. Ich ziehe Ihnen das mal rein hier. So, hier ist Frankfurt, ja, hier unten, so, hier ist Frankfurt, ne. So, da sehen Sie es. Und ich bin jetzt so, und ich will ja nach Frankfurt fliegen. Und Kerax ist der Beginn einer sogenannten Anflugroute, also der Autobahnabfahrt, der Standard-Arrival-Route. So, um die nun zu kriegen, muss ich jetzt in meinem Navigationsprogramm, Navi-Chart haben vielleicht einige von Ihnen, mir jetzt rausholen. Ich habe mir das natürlich unter die Favoriten gelegt, weil ich da in Dauern hinfliege, auch im Training, nämlich EDDF. Und das Gleiche ist übrigens bei mir auch in der MCDU hinterlegt. Die MCDU ist weckungsgleich mit dem Navigatprogramm immer auf dem neuesten Stand, immer in der neuesten Datenbank gefüttert. So, und das alles auf allen Simulatoren. Können Sie für X-Plane haben, können Sie für Prepare haben. Ich glaube, MS Flight Simulator 2020 weiß ich gar nicht so genau, aber dem alten FSX ging es auch. So, und jetzt, das ist hier die zweite Tab, also die SID hatten wir ja schon mal, das haben Sie schon mal gesehen, die Standard-Arrival-Route. So, und jetzt muss ich natürlich wissen, welche Landebahn ist denn in Betrieb. So, und das sagt mir, erstmal weiß ich es natürlich ungefähr von der Windlage. Wenn ich weiß, wir haben eine Westwetterlage wie jetzt, dann weiß ich, es muss irgendeine 2.5 in Betrieb sein. Ja, die 2.5 Charlie in der Regel nicht mehr benutzt wird für Landungen, weil das eine Startbahn ist, die liegt halt in Terminals am nächsten, ist es entweder die 2.5 links oder die 2.5 rechts. So, für meinen Flieger jetzt sagt der mir schon, Expect Isles Approach Runway 25 Left. So, das heißt, ich habe das natürlich am Boden schon schlauerweise mir versucht rauszukriegen, habe das da schon mal reingehackt in die MCDU, reingetippt. Und wenn ich das jetzt nochmal ändern muss, muss ich das halt ändern. Dann muss ich halt meinen Arrival nochmal ändern. Das ist dann EDDF und dann steht da immer eine Zahl hinter. Also 2.5 R, 2.5 L, 2.5 C. Das haben Sie bei mir im MCDU-Video auch schon gesehen. So, und dann, hier stehen nochmal ein paar Airport-Daten, was die Runway Length ist und so weiter. Die maximale, also rund 4.000 Meter. So, und ich muss jetzt gucken, ich muss wissen, welche nehme ich denn? Und da kann ich mir natürlich wieder mal ein Overview reinziehen. Und Sie sehen, das ist Kera, das ist der Punkt Kerax, den ich anfliegen muss. Und da will ich auf die 2.5. Und da muss ich jetzt nachlesen, welches ist denn für die 2.5 Links der richtige. Und das habe ich mal gesagt. Und das ist Kerax 1 Bravo, ist der richtige. Ja, da gucke ich jetzt mal nach. Das ist hier jetzt nicht erwähnt, aber ich gucke hier nach und ich suche mir Kerax raus. So, und da habe ich die so eine Area-Anflugkarten für die Landebahn 2.5 Links, 2.5 Charlie und Rechts. Das sind alles die gleichen. Weil das ist für Frankfurt egal, sie liegen alle parallel. Und ich will ja jetzt nicht einen Präzisionsanflug über die Autobahnabfahrt machen, sondern das kommt ja nachher über die Anflugkarte, über die Approach-Chart. Also ich sage mal, die Ortsdurchfahrt nachher mache ich ja mit dem Stadtplan. Und nicht mit der großen Gebietskarte. So, und jetzt bin ich also auf meiner, hier sehen Sie, Kerax unterwegs. Und ich mache es jetzt mal einfach, ja. Ich fliege jetzt mal nicht hier das Zickzack hier, was man fliegt. Wenn man so in Frankfurt anfliegt, fliegt man ja erstmal so eine kleine, sage ich mal, Taunusroute da, eine kleine Besichtigung. Ja, nein, ich habe es jetzt mal gut heute, nicht? Ist ja Corona und es ist nichts los. So, und fliege hier lang Richtung Charlie-Vioa. Denn Charlie-Vioa ist, und das steht hier auch, IAF bei ATC. Ja, Initial Approach Fix bei ATC. Das heißt, ATC weist mich an, dass das mein Initial Approach Fix ist, wenn er mir diese Route geben will. Es sei denn, ich bekomme gleich eine Anflugfreigabe, die kürzer ist. Und das ist in der Praxis läuft das nicht so. Denn wenn ich jetzt streng immer nur nach diesen Routen fliege, ja, also hier Kerax 1 Bravo, wenn er sagt, Arrival Route ist Kerax 1 Bravo, up to Charlie, expect further clearance in two minutes oder so etwas, dann staut sich der ganze Verkehr auf dieser Autobahn. Also man nutzt den Luftraum dann schon aus und in der Regel bekommt man Radarvektoren, also Kurse. Der sagt also schon meist in der Realität, weit vor Kerax, Flyheading so und so, Descends so und so und fummelt mich da irgendwie mit rein in die Perlenschnur nach Frankfurt, dass er möglichst den Luftraum gut ausnutzt. Da sind die Controller sehr erfinderisch und auch sehr gut trainiert mittlerweile, weil die Radaranlagen auch sehr gut sind, auch die Transponder-Technik sehr gut geworden ist. Man muss nicht mehr mit Primär-Zielen, sondern auch mit Sekundär-Zielen arbeiten mit dem Transponder. Das heißt, er weiß genau durch meinen Code, den ich da einstelle, diesen 4-Letter-Code 2335, das ist das kleine Gerät unten am Pedestrial-Rechte-Seite hinten. Dann hat er meine Flughöhe, dann hat er, also Moe Charlie, dann hat er genau meine Position und meine Geschwindigkeit alles angezeigt. So, und meine Flugnummer. Der weiß, wer ich bin. Das ist ein synthetisches Radarbild, nennt man das. Und um diesen Luftraum optimal zu nutzen, denn wir haben heutzutage eine Überfüllung des Luftraums. Die ganzen 2018er Verspätungen, ein Großteil davon ist nicht dadurch zustande gekommen, dass irgendein technisches Problem mit dem Flugzeug da beim Wetter, sondern einfach eine Überfüllung des Luftraums. Kleiner Schub T. Sie brauchen deshalb auch immer Slots. Sie müssen deshalb immer sogenannte Abflug- und Anflugzeiten bekommen, die Sie auch möglichst genau einhalten müssen, damit sie planbar werden. So, Sie können ja einfach sagen, ich fliege jetzt mal los. Und dann sagt der, njett. Also ich habe es damals schon, jetzt vor wenigen Jahren in London, da habe ich mal vier Stunden auf so ein Ding gewartet, auf so einen Slot. Da musste ich kurzfristig raus. In City, ja, vier Stunden Wartezeit auf den Slot, weil der Luftraum einfach London abgehend und an ihm total überfüllt war. Er passte keiner mehr rein. So, und das hat 2018 zu gravierenden Verspätungen geführt. Sie können sich vorstellen, wenn morgens das passiert, bei einem Flugzeug, was im Umlauf ist, was drei, vier Destinations anfliegt am Tag, ja, dann ist die Verspätung einprogrammiert. Und wenn dann keine Reservemaschinen bereitstehen, die in Eugenzt werden können, dann ist Essig. Dann hat der ganzen Tag, ist dann Verspätung. Oft passiert das dann zweimal am Tag, dann ist abends so richtig Verspätung. Also wenn Sie jetzt abends noch mit der letzten Maschine nach Hause wollen, von München oder Frankfurt, dann kann das sein, dass, wenn das so an der Grenze zu diesen Landeverbotszeiten ist, in Hamburg oder so, dann kommt es immer auf die Airline an, gönnt die sich den Spaß oder nicht. Denn wenn Sie in so einer verbotenen Lande, also ab 23 Uhr in Hamburg landen, dann wird es richtig teuer. Und viele Billig-Charter-Airlands, die sagen, nö, machen wir nicht, dann fliegen wir entweder gar nicht ab, dann lassen wir nochmal die Leute übernachten da, wo sie gerade sind, oder wir landen irgendwo anders und dann fahren die Bus. Das ist dann so eine Abwägungssache. Deswegen immer einplanen, so mache ich das zum Beispiel, nehme die letzte Maschine. Also Risiko ist mir, wenn ich dringend nach Hause muss, das ist mir einfach zu groß. Oder ich übernachte gleich nochmal. Und sage, fliegst du auch nach morgen entspannt, oder am besten sind wir die Spätvormittag- und Mittagsmaschinen, dann am wenigsten los. Das hat man jetzt aber in den 19, 1919 besser in den Griff bekommen. Und das ist auch ein bisschen, sag ich mal, dem Co-Resource-Management der gesamten Luftfahrt-Operation geschuldet. Mittlerweile ist es ja auch, dass die ganze Flugsicherung an diesem ganzen Fügungsmodell teilnimmt. Da hat es nämlich die Summen an Luftfahrtgipfel gegeben. Die haben meist in Hamburg jetzt stattgefunden. Da setzen sich dann alle mal an einen Tisch die Flugverkehrskontrollstellen, die Airports, die Airline-Chefs und sagen so, wie lösen wir denn jetzt mal das Problem? Wie kriegen wir das Ganze in den Griff, dass wir hier nicht ständig dem Plan hinterher fliegen? Und da hat es dann ein Bündel von Maßnahmen gegeben, 2018. Ich glaube, die haben zwei, drei Sitzungen gehabt. Das läuft alles völlig harmonisch ab. Da werden unterschiedliche Standpunkte ausgetauscht. Man weiß, wie man nach diesem Co-Resource-Management richtig miteinander umgeht und hat dann Maßnahmenbündel beschlossen, was auch 2019 erhebliche Wirkung hatte. Das ist auf Airline-Seite gewesen, dass man einfach die Ground Times ein bisschen verlängert hat bei den Kurz- und Mittelstrecken. Man hat die Slots-Politik ein bisschen verändert, die Übergaben ein bisschen anders organisiert und hat den Luftraum einfach noch ein bisschen zugänglicher gemacht. Denn oft ist der nur organisatorisch blockiert, gar nicht tatsächlich. So, aber wir sind nun weiter hier auf der Standard-Aerweire-Route, also der Autobahnabfahrt. So, die Autobahnabfahrt nach Frankfurt, Kerax haben wir genommen. So, Kerax, was hatte ich gesagt? 1 Bravo, denn ich gucke mir heraus und hier kann ich mir das nochmal genau angucken, wie die läuft. Hier steht genau die Route nochmal beschrieben, aber ich sehe es an sich auch hier. Und hier sehen wir also, das ist über den Punkt EPIPA, das ist wieder so ein Area-Nachpunkt, geht dann auch über den Regionalpunkt, Delta Fox 617 und das alles ist in ihrer CDU oder MCDU auch dargestellt. Und diese Punkte sind dann oben im PFD, Entschuldigung, im ND auch entsprechend eingeblendet, immer oben in den Ecken. Da sehen Sie immer da oben rechts im ND, also im Navigational Display, wo Sie gerade hinfliegen, wie viele Meilen das noch sind. So, und Sie sind natürlich die ganze Zeit dann im Descent gewesen. Sie müssen da ja, Sinkflug, hat man mal gesagt, muss geplant werden. Sie kommen dann über Punkt Kerax in der Regel so bei 6000 Fuß an. Das ist so die Altitude und dann gehen Sie, hier steht es auch geschrieben, 6000 Fuß. Ich mache das nochmal ein bisschen größer her, so dass Sie das auch sehen. Moment, Oprego. So, und jetzt fliegen wir runter, hier sind auch die Distance, dann sinken wir weiter auf 5000, wir müssen ja immer tiefer. Die Initial Altitude für Frankfurt ist 4, wir fliegen in so ein Becken ein. Also wir kommen aus den Bergen in so ein Becken, deswegen kann man immer wieder runter. Hier ist es schon 3, das ist alles nicht mehr so hoch und fliegen dann, sagen wir mal, idealerweise heute ist wirklich Standard mal, wir wollen Standard fliegen, nach Charlie View A, auch wieder in D View A. und da drehe ich dann, wenn ich jetzt sofort zum Anflug freigebe, bekomme ich gleich meine Freigabe zu meinem Approach Fix für das alles. Wenn ich warten muss, dann sind hier sogenannte Holding Patterns eingezeichnet, also die gehen hier rechts rum, hier auch wieder, mit einem sogenannten Outbound- und Inbound-Track und je nachdem, ob ich das nun muss oder nicht, muss ich ein sogenanntes Holding Entry fliegen. Und dieses Holding Entry, das hängt davon ab, mit welchem Kurs ich ankomme. Ja, es gibt drei Holding Entry Procedures, direkt hier, Drop und Opposite und je nachdem, wie ich da reinfliege, muss ich mich dann, das kann ich mit so einem Holding Rechner entscheiden, ich habe da so einen kleinen Jeppesen Schieberechner, mittlerweile weiß ich das auch auswendig alles, nach 14.000 Stunden weiß man das, und fliege dann meine Holdings, kommt aber in der Praxis relativ selten vor, meist lässt der einen dann nochmal in der Praxis ein bisschen ausholen irgendwo hin oder macht eine Speed Restriction rein. Das kann man natürlich auch wunderbar heute machen, Sie kriegen häufig eine Speed Restriction und deswegen auch, es war mal die Frage aufgekommen, ja, wieso fliegen Sie denn nicht managed alles? Ja, klar, kann ich machen, wenn alles nach Plan läuft, aber wir sind ja kein Wunschkonzert. In der Regel sagt die Flugsicherung, durch überfüllte Lufträume, Staus und so, Speed Restriction, weiß nicht, 230, in den USA war das so, da war ich dann noch 100 Meilen weg von Washington, da hatte ich schon Speed Restriction 230. Ja, da war schon, oder Minimum Clean heißt, das ist die knapp über Green Dot, so langsam, wie es ohne Klappen geht, heißt das. Ja, muss ich fliegen, weil ich eben einen Stau, auf ein Stauende zufliege. Sie kennen das mit dem Auto, da brellert man ja auch nicht mit 250 an den Stau an, ne, sondern da reduziert man vorher auch und da der Controller sowas hier sieht und weiß, sagt er ihnen das dann auch. So. Und deswegen kommen auch die Wartezeiten manchmal zustande, dass man hier über Frankfurt noch so, sage ich mal, wenn man ganz groß Pech hat morgens, so in den Rush Hours, ohne Corona krebsen sie auch schon mal 20 Minuten rum. Und das muss man alles bei seiner Fuel Calculation natürlich mit reingeben. Denn im Low End, Low Altitude, ich fliege ja dann hier schon, ich bin ja Transition Level, Flugfläche 70, da habe ich mal umgestellt, mein Höhemesser, Schraub, Schraub, auf QNH. Das habe ich wiederum von der Flugsicherung bekommen, regionales QNH. Das Frankfurter QNH kriege ich durch die sogenannte Artis und die hat einen Buchstaben, Information Papa, Delta, Alpha, je nachdem. Und das teile ich meinem Anflugcontroller nachher mit, Information Papa. Ja, dann weiß der, ich habe meine Aerodrome Terminal Information Service abgehört, mit dem Wetter, das hören sie bei mir im Simulator auch immer, die kann ich auch einspielen, die aktuelle. Und dann weiß der, aha, der hat das aktuelle Wetter, das brauche ich dem nicht nochmal runterbeten. So, und allerdings machen die Controller das in der Regel auch nochmal ein bisschen nach Geschmäckler. Die geben ihnen das QNH und natürlich der Tower nachher auch nochmal. Wenn Wind sehr variabel oder Shearing ist, oder sie strahlende Winde, böige Winde haben, dann gebt ihr ihnen an den Wind ab und zu nochmal freiwillig. Oder sie erfragen den. So, und also ich fliege jetzt Charlie, ich nehme an, ich muss jetzt hier keine großen Umwege fliegen. So, und dann kurz vor Charlie gucke ich mir jetzt mal, meine sozusagen Ortskarte an. Also das ist jetzt die sogenannte, ja, der Stadtplan. Den Stadtplan hole ich mir jetzt raus und sage, wie komme ich denn nun genau in die Straße XYZ, zur Hausnummer so und so. So, meine Hausnummer so und so lautet ja hier, ich sage mal, Amselweg 4 ist bei mir die 2,5 Links. Und dann suche ich mir raus, was nehmen wir denn heute mal? Will ich jetzt einen Array-Anflug machen? Will ich einen Mikrowellen-Anflug machen? K2 oder 3? Ne, ich habe mal ganz normale Standardwetter, 200 Fuß Minima, also ganz normal, der übliche, ALS will ich mal. So, also ziehe ich mir mal eine ALS-Karte rauf. Hier, und da steht dann der ganze Rest drin. Was ich so machen muss. Hier stehen meine ganzen Frequenzen drin. Und das ist auch immer das, was ich dann abgleiche. Das habe ich ja alles eingestellt bei Landing System. Zum Beispiel habe ich jetzt meine 111.15 da drin stehen für meinen ALS Glidesloop. Hier ist es auch nochmal drin. Das ist ein ALS-DMI. Das heißt, ich habe da auch ein DMI drin gekoppelt. Das heißt, ich habe eine Entfernungsmessung Richtung Schwelle. Das ist ein großer Vorteil für mich. Ich weiß immer genau, wie weit ich weg bin. Ich weiß, dass ich mein Initial, mein ALS-Approach beginne bei Let-Key hier. Ja, 4000 Fuß. Das ist dieser Punkt hier. Let-Key. Da habe ich ihn nochmal. Ja. Und es ist jetzt hier nicht Initial Approach Fix, sondern es ist der Point of Descent, der Radar, der Fix für das Erreichen des ALS ist hier. Ja. Es ist in den meisten Airpods ist es auch der Initial Approach Fix. Nur in Frankfurt ist das hier in dem Falle Charlie. Das liegt ein bisschen daran, weil diese Lufträume sehr voll sind und hier ein bisschen weiträumiger geplant wird. Aber in Hamburg zum Beispiel ist es, wenn Sie jetzt die 2,3 anfliegen, ist das ja, ich habe es vergessen, wie der heißt. Fällt mir wieder ein. Da steht dann immer IAF mit dran, Initial Approach Fix. Hier ist das also nicht der Fall. Hier haben wir das also ein bisschen anders. Das ist Let-Key, ist aber für mich der entsprechende Punkt, wo ich mein ALS beginne. Ich kann dann also Charlie Hotel, habe ich sage ich mal 5.000 erreicht, ich sinke auf 4.000 Fuß Kun H, fliege Kurs 3.39 im Idealfalle, schwenke bei 11 Meilen Distance Charlie, schwenke ich ein, Richtung 2.48 und dann merke ich auch, wie man Localizer einläuft. Das ist dann, wo ich dann, sage ich mal, hier so spätestens den Approach Button drücke. Das heißt, wenn ich mit so einem scharfen Winkel hier reingehe, fliege ich meist so bis 30 Grad Intercept per Heading Mode oder im NAV, um dann den Anflug nicht zu schauklig zu machen, um die Kurve nicht zu scharf zu machen. In der Regel gibt einem der Controller schon Vektors, die ein bisschen flacher sind, damit das ein bisschen komfortabler für die Passagiere wird und nicht da gleich 90 Grad um die Ecke hier. So, ein Idealintercept für das ALS, muss nochmal einen Schluck trinken, nochmal ein Bild, so, einen schönen Früchtetee, der ideale Intercept ist 30 Grad, so lernen Sie das eigentlich, aber das ist eben Theorie, in der Praxis kann man schon mal ein bisschen schärfer um die Ecke gehen. So, hier haben Sie dann Ihre Anflugkonfiguration, hier schon Flaps 1, alles draußen, hier gehe ich schon runter auf, wenn ich jetzt keine Restrictions habe, gar nichts und ich kann will ich so nach Wunschkonzert fliegen und ich will es entspannt haben, kein Highspeed, kein gar nichts, bin ich bei meinem Airbus 320 runter auf die 160 in der Regel, so um das Landegewicht 60 Tonnen rum, so Pi mal Daumen, habe das alles schon eingestellt und mache jetzt hier meinen Approach, drücke in der Regel meinen Approach-Button rein und der zieht sich dann hier den Localizer zuerst und dann den Glidesloop, wichtig ist, dass sie immer vorher da reinkommt. Warum? Man darf niemals den Glidesloop vor dem Localizer capturen. Warum nicht? Weil Sie dann nicht in einem hindernisfreien Raum sind, denn Sie beginnen ja in dem Moment einen Sinkflug und sind noch nicht auf der Sollroute und das ist hindernisfreiheitstechnisch nicht genehmigt, deswegen sind die Dinger so programmiert, auch die Computer, dass Sie immer erst den Localizer intercepten müssen, bitte, wenn Sie auch sich selber Vektors geben, denken Sie daran und dann den Glidesloop, dann geht erst der Glidesloop. So, also idealerweise komme ich dann so eine Meile oder anderthalb oder zwei vor diesem Glidesloop-Intercept raus, dann steht der also noch ein bisschen oben, das ist ein Kommando-Gerät, so, also ich fliege da rein, der läuft von oben ein, also er darf niemals von unten einlaufen, immer von oben, so und dann Flaps 2 und ich gehe in der Regel so mit 160 rein und Sie sehen, in der Regel liegt der Punkt so, hier ist es 11,3 Meilen vor der Schwelle, ich sage mal so bummelig, 10 Meilen sind das immer plus minus, das hängt ein bisschen von der Schwellenhöhe ab, hier haben wir also, wir fliegen ja nicht in 3000 Fuß an hier, sondern wegen Hindernissen und Bergen in 4000 Fuß QNH und die Schwelle ist 362 hoch, das ziehen wir mal davon ab, sagen wir mal bummelig 400 fliegen sie also 3600 Fuß, die müssen natürlich in der Distanz dazu addiert werden, beim Standard-Gleitweg von rund 3 Grad, ja, haben sie bei 10 Meilen sinken wir um die 3000 Fuß, müssen wir runter, da wir hier aber ein bisschen mehr als 3000 Fuß zu sinken haben, müssen wir also hier auf 6 gehen, auf 11,3, das brauchen Sie sich alles nicht ausrechnen, das steht in den Karten drin, so und dann bin ich hier, rutsche ich hier auf meinem ALS runter, also ich bin hier angekommen, das ist die solle Approach Chart jetzt für meine Landebahn 25 links, jede Landebahn, jedes Landeverfahren hat eine eigene Karte, Sie haben also hier in Frankfurt diverse verschiedene Karten für diese Verfahren, für jede Landebahn einzeln designiert, ich glaube einen non-prezisischen hat der hier gar nicht mehr, das sind alles, doch, die Radio Navigation Karts, die sind glaube ich non-prezisischen, ja, aber es gibt ja auch welche, wo Sie einen Vio-A-Demi-Anflug oder einen NDB-Approach machen können, wie Westerland zum Beispiel, wo das nicht so komfortabel ist, aber in Frankfurt ist das alles nicht mehr der Fall, so, und dann schieben Sie hier runter, schön Ihren ALS lang und der ist hier nochmal beschrieben, hier, in dem genauen Profil, hier stehen auch Ihre Speeds mit der entsprechenden Sinkrate bei 3 Grad, die Sie haben und ich sage mal, nehmen wir mal an, Sie sind über Ground so 160, wie ich eben gesagt habe, dann müssen Sie, wissen Sie, also Sie müssen 849 Fuß pro Minute sinken, um diese 3 Grad zu fliegen, das ist die Formel, die ich Ihnen vorhin auch nochmal gesagt habe, jetzt nehmen Sie mal Ground Speed mal 5, also nehmen wir an, die Ground Speed ist, 160 mal 5 sind 500, sind rund 800 Fuß, also passt ungefähr, so. Das sind die Faustformeln, die man immer im Kopf haben muss, bei solchen Nummern, genauso wie es Faustformeln für die Schräglage gibt, bei welcher Geschwindigkeit sich Standard Turn fliegen, also 2 Minuten Turn, anderes Thema. So, und dann, wenn Sie jetzt, wenn der, wenn der Anflugcontroller, also die Hamburg, na, das ist hier Frankfurt Director in der Regel, also hier die oben, die 118,50, das oder die 127,28, sicher ist, hier ist auch nur die Artis, ne, welche Wetterinformationen Sie kriegen, wenn der jetzt sicher ist, Sie sind auf dem richtigen Kurs, dann sagt er, you're cleared, LS25Left, Contact Tower on 119905, das, dann übergibt der Director Sie an den Tower und Sie rufen um, unmittelbar nach den Tower, das ist ja im Zweipilotencockpit, wird das dann, macht einer den Funk, der andere fliegt, einer ist Pilot Flying, der andere Pilot Monitoring, der arbeitet zu. Wenn Sie alleine sind, müssen Sie das alles alleine machen, ne, dann muss man sich anders organisieren, ein bisschen vorausscheinender noch fliegen, ich bin dann viel alleine, auch in der Realität viel alleine unterwegs, gewesen, auch mit Business Jets und wenn Sie dann eine Citation fliegen, dann ist das im Prinzip, oder eine Falcon 2000, wie ich das auch gemacht habe, dann ist das eigentlich, gut, die durfte ich nicht alleine fliegen, aber die Citation durfte ich alleine fliegen oder eine King Air 350, dann ist das Jacke wie Hose, ob Sie da einen Airbus haben oder eine 350er King Air oder eine Citation, die sind so fix unterwegs, die Dinger, das ist wie ein Airbus, ja, da müssen Sie, da müssen Sie anders drauf sein, da müssen Sie sich auch anders organisieren im Cockpit, wenn Sie alles alleine machen, sehr viel vorausplanender, vorausschauender fliegen und gegebenenfalls auch mal die Flugsicherung einbremsen, wenn es Ihnen zu schnell geht, da muss man dann schon mal sagen, stand by for a moment oder give me a minute howling oder irgendwas, wenn Sie da irgendein Problem zu lösen haben, dann müssen Sie das kommunizieren, das ist ganz wichtig und nicht einfach vor sich hin wurschteln, irgendwann fliegt die Maschine hinweg und dann haben Sie ein Problem, wir haben hier mal zwei Personen, alles komfortabel, einer hat den Funk gemacht, Sie melden sich beim Tower, was weiß ich, Lufthansa irgendwas, Intercept ALS 25 left, dann melden Sie nochmal, dann sagt der Report established, dann sagen Sie established ALS 25 left, das muss also hier spätestens der Fall sein, manchmal ist es schon ein bisschen vorher, so je nachdem, ob Sie Vectors bekommen haben oder hier kommen Sie auch so ein bisschen vorher raus, so und dann sagt er Ihnen nochmal, wenn die Bahn nicht frei ist, gibt er Ihnen noch keine Landefreigabe, dann sagt er continue, so expect landing clearance in 30 seconds, one minute, so oft sehen Sie dann schon, dass da noch ein Kollege auf der Bahn rumhüpft, entweder noch beim Abrollen ist, besonders schön ist das immer, wenn dann irgendwie in Frankfurt kommt das so gut wie nicht vor, aber in anderen Airports irgendein nicht erfahrener AFA Privatpilot unterwegs ist, der so ganz gemütlich von der Landebahn will, ja, ich habe da so ein Münster-Ausnerbrück ein paar Mal gehabt oder ein Bremen und Sie dann mit Ihrem Jet im Anflug sind und die Schwelle kommt immer näher und irgendwo sind Sie am Mr. Pouchpoint und dieser Mr. Pouchpoint ist hier bei einem Standard, er ist bei 200 Fuß über Grund, da ist Ende Gelände, ja, so und wenn der Junge da nicht vom Hof ist, ja, oder der Controller sich vertan hat und jemanden zum Start freigegeben hat, der noch nicht in die Pötte gekommen ist, weil der hier auf der Schwelle gerade festgestellt hat, sein Kaffee muss noch richtig gerückt werden, ein Meister hat das einen seriösen Grund, ja, oder er ist noch nicht so weit, das ist auch wieder bei Privat- oder Businessfliegern manchmal, die nicht so routiniert sind, dann stehen die da, ja, und kommen nicht weg und dann haben Sie die Staffelung nicht und dann kann es schon mal sein, dass Sie einen Overshoot machen müssen und durchstarten, so und jetzt sage ich mal, Sie stehen da mit Ihrer 152er Cessna oder 172er Cessna, AFA und wollen los und haben das sich jetzt mal gegönnt, die 1.000 oder 2.000 Euro in Frankfurt, die Sie da abdrücken müssen, wenn Sie da fliegen und stehen da auf der Piste und kommen nicht in eine Pötte und da startet eine 320 durch, weil die nicht, also der ist richtig begeistert, ja, weil wir da reden, wie die 1.000 Euro Scheine in den Bach untergehen, wenn der da nochmal anfliegen muss, da sind wir 20 Minuten im Heimann, so, Minimum, so, deswegen ist das ganz wichtig, dass der Controller das im Griff hat und dass der dann gegebenenfalls dem auch mal Beine macht und sagt, Expedite oder Cleared for immediate take off, dann wissen Sie, aha, da ist mir einer im Genick, so, und dann heißt das, ich rolle auf die Piste und der Hebel geht nach vorne und nicht erstmal in Ruhe gucken, also das sind alles so Dinge, die Sie mit planen müssen, also so ein Controller, der hat mindestens eine genauso hohe Verantwortung wie der Flugkapitän selber oder die Besatzung selber, die müssen völlig ausgeschlafen sein, die Jungs, ja, und gut, und auf die muss man sich auch hundertprozentig verlassen. So, im Idealfall komme ich jetzt hier irgendwie rein, setze auf, rolle auf der designierten Abrollroute ab, so, und dazu wechsle ich dann hier wieder in meine Taxikarte und da gucke ich mir dann wieder an, Airport, so, und Sie sehen, hier sieht das schon ein bisschen unübersichtlicher aus alles, so, ich bin hier auf der 25 Links gelandet, so, jetzt sehen Sie auch, da gibt es gewisse Ausschnittkarten, die das nochmal detaillierter beschreiben, diese Bahn ist 4000 Meter lang, Entschuldigung, und ich sage mal, ich bin jetzt hier mit meinem Airbus mal richtig schön ordentlich unterwegs gewesen und gehe hier über die Mike Alpha 17 raus und bekomme dann, wenn ich abgerollt bin, das sind die sogenannten Schnellabrollwege, die gehen in so einen Spitzenwinkel raus, warum, da kann ich dann auch schon mal so mit 40 km rein, ne, oder 50, so, und das merken Sie, wenn es richtig voll ist, dann geht der, dann rollt der relativ schnell in so einen Abrollweg rein und dann geht der richtig in die Bremse und das ist übrigens der Grund, weshalb man auch immer, wenn man an solchen Flughäfen rollt, als Passagier hinten sein Popo im Sitz lassen sollte und den Gurt geschlossen, denn nichts ist schlimmer, als der richtig in die Bremsen tritt, weil hier irgendein Querverkehr kommt oder irgendein, der Ground-Kontroller, an den Sie dann übergeben werden, sagt, äh, 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 Lufthansa-Sorgungskurse Stop immediately, weil da irgendeiner in die Quere gekommen ist oder irgendein, ähm, äh, äh, Servicewagen nicht aufgepasst hat und der tritt, tippt einmal vorne in die Bremsen rein und diese Bremsen, das, äh, versichere ich Ihnen, bei Luftfahrzeugen dieser Art sind exzellent, ja, so, und deswegen steht auf dem Schlag. So, das heißt, der, der bremst aus 20, 25 km, aus dem Schlag auf Null und Sie stehen da und haben Ihr Gepäckfach geöffnet. Was meinen Sie, was dann los ist? Und die meisten Verletzten im Luftverkehr gibt es genau durch solche Unfälle. Nicht durch irgendwas anderes, sondern dass irgendeinem irgendwas ins Kreuz fällt oder irgendeiner sich langmacht da. So, und dann haben Sie den Salat. Das reicht, wenn Sie dem anderen irgendwie dumm, äh, 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 auf den Schoß fallen oder dem Ellbogen ins Gesicht drücken oder so. Das muss nicht sein. Also sitzen bleiben, angeschnallt bleiben, bis das Flugzeug die Abstellposition erreicht hat. Und erst, wenn das der Fall ist und die fastensiegeltzeit ausgehen, macht man sich vom Acker, ne? Es ist noch niemand drin geblieben und alle verlassen das Flugzeug erst, wenn die Tür aufgeht. So, also, ganz wichtig auch für die Urlaubsflieger, Charterflieger, denn hier auf diesem Taxiwaze ist Traffic. Da ist richtig was los. Ja, da ist was los. Und da ist, wie auf der Autostraße auch oder in der Innenstadt, da muss auch schon mal scharf gebremst werden. Und Sie kommen ja auch nicht auf die Idee, wenn Sie jetzt nach Hamburg reinkommen und sagen, oh ja, ich bin ja in der Amsingstraße oder ich fliehe jetzt über Schnellsongralen und bin ja schon fast da, jetzt schneide ich mich schon mal ab und fange schon mal an, das Auto aufzuräumen. Kein Mensch kommt hier auf die Idee, sondern Sie fahren in Ihrer Garage, schneiden sich ab und gehen da. Aber im Flugzeug ist das irgendwie nicht üblich. So, deswegen unendlich wichtig. Nochmal ein Appell. So, und dann rollen Sie über Ground mit Ihren designierten Routen zum Gate. Da müssen Sie sich halt ausgucken, wo Sie jetzt untergebracht werden. In Frankfurt ist das natürlich hier, nehmen wir mal, wir nehmen mal so ein A3, oder hier so ein Parking-Stand-Beispiel hier. So, und dann kriegen Sie so eine designierte Parkposition. Wenn Sie jetzt einen größeren Flieger in der 380er haben, dann müssen das auch bestimmte Gates sein. Oder Sie kriegen eine Außenposition zugewiesen. Das kann auch mal sein. Das hängt immer, so hier darf man zum Beispiel jetzt mit der 380 nicht unbedingt immer rumparken. Die General Aviation ist übrigens hier umgebracht, im ehemaligen militärischen Bereich. Das ist immer noch der militärische Bereich. Da war ich oft unterwegs, wenn ich jetzt mit Frankfurt zu tun hatte. Aber kostet richtig Schotter. Also, damals war das schon so um die 1.000 Mark. Später jetzt liegen es auch schon mal bei ganz schnell über 2.000 Euro, wenn Sie da mit einem ganzen leichten Auto landen. Deswegen weicht auch der Luftverkehr häufig, der Business-Luftverkehr, der allgemeine Luftverkehr häufig nach Edelsbach aus. Nur Edelsbach ist nicht instrumentiert richtig, also der hat andere Minimars, wenn er überhaupt instrumentenmäßig angeflogen werden darf. Ich weiß das gar nicht, ob das mittlerweile zugelassen ist. Ging ein bisschen nur nach Sicht. Deswegen muss man dann im Zweifelsfall doch nach Frankfurt. Oder, was ich oft gemacht habe, ist in Frankfurt dann ein Lower Pouch IFA, also ein ALS bis zum VFA Minimum, 600 Fuß über Grund und dann eben links rüber nach Edelsbach. Auch eine Möglichkeit. So, das also zur ganzen Geschichte. Und damit Sie das jetzt noch mal, damit wir das noch mal nachvollziehen und rekapitulieren, tippen wir das Ganze jetzt noch mal so flugplanmäßig in den Flugplan. Jedenfalls nur die Route, nicht die Flughöhen und alles. Das verzichte ich mal. Und dazu wechsle ich hier mal in meinen anderen Tab rein. So, und jetzt tippen wir das mal ein. Also wir sind gestartet auf der Startbahn 2.3. Also wir fliegen, fangen wir mal so an, EDDH, EDDF. So. Starten tun wir auf der 2.3, ne, Startbahn 2.3. Dann haben wir gesagt, IDECO, ne, IDECO, bis zur Luftstraßenkreuzi-DECO. Und das kreuzt sich, oder es ist die Autobahnauffahrt zur Autobahn oder Low-End-Route, äh, äh, unteren Luftstraße in November 8.5.0. 0, 8.5.0. So, das tippen wir auch ein. So ungefähr, ups, das kommt davon. Ich kann nicht, ähm, so, blind schreiben kann ich nicht. So, November 8.5.0. So ungefähr tippe ich das auf den Flugplan ein, muss ich heute auch alles nicht mehr selber machen, macht mal ein Programm. Das heißt, wenn ich meine Routeplanung habe, schmeißt mir das den Flugplan raus. Wir damals mussten das immer noch machen, in den, so, bis zum Jahr 2000, pinselte ich fröhlich, ne, da hatte ich auch schon ein Programm, aber, bis Mitte der 90er pinselte ich das fröhlich in so ein Durchschreibdings und faxe das dann im Idealfall zum, äh, ERS, Aeronautical Information Service, und der hat das dann reingehakt. Tipp, 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 tipp. So. Also, ich habe hier die, ups, die 8.5.0. So, und jetzt sage ich, das geht genau so lange bis zum Punkt Pirot, ne, das ist ein Autobahnkreuz, Pirot, ne, nächster Punkt, und dann musste ich ja wechseln auf die Terminalroute 152, Sie erinnern sich, die Eimannstraße nach Süden, so, ne, die also Regionalautobahn, die mich der Zubringerautobahn nach Frankfurt, ja, 662 oder wie die da alle heißen, so, kann ich dann fahren, und, habe auch meine Flughöhe gewechselt von 2.40, weil ich ja, über 180 Grad geflogen bin, jetzt auf unter, auf 2.30, wenn denn der Controller das so will, ja, oder das so genehmigt ist, manchmal wird er auch von abgewichen, äh, dann gibt er ihnen eine, so, und dann habe ich gesagt, ich fliege mal ganz normal Standard, also, ich fliege die Anflugroute Kera, dieser Kerax, Punkt zum Punkt Kerax, deswegen heißt die Kerax 1 Bravo, 1 Bravo deshalb, weil ich ja auf die, ich mache das mal in Klammern dahinter, würde man nicht im Flugraum sein, 2.5 links will, ne, das war ja mal ein Ziel, auf die 2.5 links, so, und, dass Sie sich das merken können, so, und das Ganze endet dann am Punkt Charlie, also am Punkt Feuer Charlie, CH, und, da beginne ich jetzt mein ILS, 2.5 left, das schreibe ich so nicht in den Flugplan rein, der endet bei Charlie, ja, und dann fliege ich über LettKey, für Sie aber zum Nachvollziehen, dass Sie wissen, wie Sie fliegen müssen, das ist mein Point, wo ich das Interest des ILS intercepte, es ist in dem Falle nicht der Initial Approach Fix, sondern der Initial Approach Fix, der war ja hier bei Charlie, ne, so, da beginnt also mein Anflug, so, und lande dann auf der 2.5 links, so würde das also, diese Route jetzt aussehen geplant, ne, so, und ich sag mal so, ich hab noch zwei Dinge, ich, ich fliege in den Reiseflughöhen 2.40, und F, das ist für Flight Level, 2.30, so, wenn ich jetzt eine Flughöhe fliege, wie zum Beispiel sage ich, ich fliege die jetzt bei der IDECO, ja, und ich kriege da eine Flughöhe, dann nehme ich Altitude 4.000, so wird das dann angezeigt, ne, so schreibe ich mir das auf, A4.000, und so schreibe ich, tippe mal weg, im Flugplan kommt das nicht rein, aber wenn ich mir jetzt Dinge, Routefreigaben aufschreibe, dann schreibe ich, oder ich schreibe nur eine 4.000 hin, dann weiß ich, ist eine Flughöhe in Fuß, oder ich schreibe F2.40 hin, dann weiß ich, ist eine Flugfläche, die ich freigegeben bekommen habe, ne, so. Ja, so sieht das aus, meine Damen und Herren, und ich hoffe, das war für Sie verständlich, und einigermaßen mal ein Einblick, wie sowas funktioniert jetzt auf einer kurzen Strecke, im Prinzip funktioniert das auf der Langstrecke genauso, wenn Sie im oberen Luftraum fliegen, ich kann Ihnen nochmal spaßeshalber, so eine obere Luftraumkarte kurz zeigen, dass Sie die einmal sehen, dazu machen wir hier wieder zu, also ich habe ein Abo hier für dieses Navigraph, so, und jetzt rufe ich mir hier aus, High-End-Route, so, und jetzt kann ich hier, sehen Sie, in Frankfurt gibt es natürlich auch viele High-End-Roots, die drüber gehen, so, und die haben dann, das ist ein bisschen großzügig, aber auch schon ziemlich dicht, dieses Luftstraßennetz, ja, und die haben dann meist so ein O hier davor, aber auch da gibt es Terminal-Roots, auch da kann ich fliegen, das lohnt sich bloß für Frankfurt nicht, wenn ich jetzt nach München fliege, von Hamburg, da kann ich schon einen oberen Luftraum benutzen, das heißt, aus ökonomischen Gründen gehe ich über die 240, und fliege dann, sage ich mal, in dem Luftraum irgendwo zwischen Level 290 und 330, aus ökonomischen Gründen rum, aber für Frankfurt lohnt sich das nicht. So, das ist jetzt ein ganz kurzer Abriss, nicht mit allen Details, die es gibt, aber mit den wesentlichen Details, zum Flugplan- und Luftstraßensystem weltweit, das funktioniert auf der ganzen Welt im Prinzip gleich, das heißt, diese Anflugkarten sehen in den USA genauso aus wie hier, die haben etwas andere Übergangshöhen, die haben etwas andere Bezeichnungen manchmal, aber das Prinzip ist dasselbe, auch da gibt es eine Arrival-Route, auch da gibt es eine Instrument-Departure-Route, also eine Abfahrt, eine Auffahrt, dort gibt es auch Höhe- und High-En-Route- und Low-En-Route-Charts, das gibt es genauso, und das in Europa sowieso, in der Asien auch. Ja, herzlichen Dank, es war lange Session heute, wir sind hier über eine Stunde jetzt dabei, aber ich glaube, das war für die, die es wirklich interessiert, mal dann auch ein genauer Einblick von Anfang bis Ende, und ich freue mich aufs nächste Mal, und sage für heute Tschüss. Vielen Dank.